Was ist die Sintflut? Bei oberflächlichen Betrachten, genauso wie in Offenbarung 11, da ist man auch sehr oberflächlich, also bei oberflächlichen Betrachten von 1. Mose 7 und 8 könnte man der Meinung sein, dass es auch da um 30 Tage, Monate, mithin also um 360 Tage, Jahre ginge, aber wenn man das genau anschaut und den Bibeltext genau liest, dann kommt man da auch zu einem anderen Ergebnis, das möchte ich euch gerne zeigen, wünsche euch viel Gewinn und Gottes Segen dabei. Da kam die Sintflut 40 Tage auf Erden und die Wasser wuchsen und hoben den Kasten auf und trugen ihn empor über die Erde. Also nahm das Gewässer überhand und wuch sehr auf Erden, dass der Kasten auf dem Gewässer fuhr. Und das Gewässer nahm überhand und wuch so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch ging das Gewässer über die Berge, die bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das auf Erden kriecht, an Vögeln, an Vieh, an Tieren und an allem, was sich regt auf Erden und alle Menschen. Alles, was einen lebendigen Odem hatte, auf dem Trockenen, das starb. Also ward vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis auf das Vieh und das Gewürm und auf die Vögel unter dem Himmel, das ward alles von der Erde vertilgt, allein Noah blieb übrig und was mit ihm in dem Kasten war. Und das Gewässer stand auf der Erde 150 Tage. Da gedachte Gott an Noah und alle Tiere und alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel ward gewährt. Und das Gewässer verlief sich von der Erde immer mehr und nahm ab nach 150 Tagen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, da möchte ich gerne nochmal explizit drauf aufmerksam machen. Die Flut, so sagt 1. Mose 8, Vers 3, sank erst nach 150 Tagen und musste so weit absinken, dass die Arsche sich ja auf dem Ararat niederlassen konnte. Die Arsche war 150 Meter lang, also muss auf dem Ararat eine Fläche frei gewesen sein von rund 150 Metern, auf der die Arsche sich dann absetzen konnte. Und der Berg selber war 15 Ellen hoch überflutet mit der Flut. Das heißt also, erstmal mussten diese 7,50 Meter abgesenkt werden von der Flut und dann nochmal sicher 100 bis 200 Meter weiter musste die Flut absinken, bis irgendwo eine Fläche war, die so groß war, dass die Arsche sich darauf absenken konnte. Das heißt, wenn die Flut erst begonnen hat zu sinken, nach 150 Tagen, dann kommen noch die Tage dazu, die die Flut brauchte, so weit zurückzugehen, dass die Arsche auf dem Ararat landen konnte. Und damit haben wir dann vom 17.02. bis zum 17.07., als die Arsche dann auf dem Ararat niederging und gelandet ist, haben wir nicht 150 Tage, sondern wir haben 150 Tage plus die Zeit, die die Flut brauchte, um so weit zurückzugehen, dass die Arsche landen konnte. Also wir haben 150 plus x Tage und das wird bei der Berechnung oft übersehen. Wie das im Einzelnen zu rechnen ist, das schauen wir jetzt im Detail an. Und das Gewässer verlief sich von der Erde immer mehr und nahm ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich der Kasten nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahm aber das Gewässer immer mehr ab bis auf den 10. Monat. Am ersten Tag des 10. Monats sahen der Berge Spitzen hervor. Nach 40 Tagen tat Noah das Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und wieder, bis das Gewässer vertrocknete auf Erden. Danach ließ er eine Taube von sich ausfliegen, auf das er erführe, ob das Gewässer gefallen wäre auf Erden. Da aber die Taube nicht fand, da ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in den Kasten. Denn das Gewässer war noch auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in den Kasten. Da harte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus dem Kasten. Die kam zu ihm zur Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen, und trug's in ihre Munde. Da merkte Noah, dass das Wasser gefallen wäre auf Erden. Aber er harte noch weitere sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Im 601. Jahr des Alters Noahs, am ersten Tag des ersten Monats, vertrocknete das Gewässer auf Erden. Da tat Noah das Dach von dem Kasten und sah, dass der Erdboden trocken war. Also ward die Erde ganz trocken am 27. Tag des zweiten Monats. Jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten, diese Grafik zu interpretieren. Wenn wir die Tage hier alle zusammenzählen, die 40 und die 110 und die 74 und die 90 und die 56 Tage, dann kommen wir auf 370 Tage. Das wäre jetzt, wenn man davon ausgeht, dass die Bibel 30 Tage pro Monat ansetzt. Und wenn man vom 17. Tag des zweiten Monats bis zum 27. Tag des zweiten Monats im Folgejahr rechnet, dann kommt man, wenn man 360 Tage pro Jahr ansetzt, auf 370 Tage. Denn vom 17.2. des ersten Jahres bis zum 17.2. des zweiten Jahres wären 360 Tage nach der Annahme. Weil es aber nicht der 17., sondern der 27. des zweiten Monats im zweiten Jahr ist, sind es dann 360 plus 10 Tage macht 370 Tage. Das würde also miteinander übereinstimmen. Und das scheint auf den ersten Blick die Annahme zu stützen, dass die Bibel hier 360 Tage Jahre verwendet und damit ein prophetisches Jahr in der Bibel hiermit auch belegt wäre. Allerdings haben wir hier nach den 150 Tagen noch eine Phase X, in der das Wasser gefallen ist, nämlich diese 15 Ellen und wahrscheinlich auch noch etwas mehr, weil die Asche ja nicht auf der Spitze des Ararat aufsetzen konnte, weil sie sonst gekippt wäre. Das Wasser muss also sicher noch einige Meter weiter gefallen sein, bis irgendwo eine ebene Fläche gewesen ist, auf der sich die 150 Meter lange Asche dann auch absetzen konnte. Und das muss auch einige Zeit gedauert haben. Aber bei einer Annahme eines lunisolaren Kalenders bleibt keine Zeit mehr übrig für diese erste Phase, wo das Wasser fiel. Nimmt man hingegen den Mondkalender, der 354 Tage pro Jahr hat, im Schnitt also nur 29,5 Tage pro Monat, dann passt das nicht mit der Angabe der Bibel überein, dass die Flut 150 Tage gedauert hat. Denn dann wäre die Anzahl der Tage zwischen dem 17.2. und dem 17.7. nur 148 Tage, was also zu kurz ist, um dem biblischen Bericht gerecht zu werden. Nimmt man im Unterschied dazu den Sonnenkalender an, von 30,44 Tagen pro Monat, ändern sich die Tage hier oben und dann addiert sich das auf 375 Tage. Dann würde sich auch die Frist ändern zwischen dem 17.2. des ersten Jahres und dem 27.2. des zweiten Jahres, denn das wären dann auch 365 Tage plus 10 Tage macht 375 Tage. Das würde also ebenfalls passen. Über die Art der Berechnung streiten sich die Gelehrten nachhaltig. Und ich verweise hier auf einen Artikel der Deutschen Bibelgesellschaft von Matthias Albani aus dem Jahr 2017 mit dem Titel Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet, Kalender.at. Dort steht unter Nummer 2.2. Zunächst ist festzustellen, dass die Monate in dieser Flutchronologie eine Länge von jeweils 30 Tagen haben. 5 Monate ist gleich 150 Tage. Vom 17.2. bis zum 17.7. Es kann sich also nicht um einen am Mond lauforientierten Kalender handeln, in dem die Monatsdauer abwechselnd 29 und 30 Tage beträgt. Dies spricht dafür, dass hier ein schematisches 360-Tage-Jahr zugrunde liegt, wie es aus Mesopotamien bezeugt ist. Siehe oben Punkt 1.5. Es ist unwahrscheinlich, dass die anderen Monate außerhalb der angegebenen Zeitspanne größere oder kleinere Tageszahlenwerte besitzen. Weil das unwahrscheinlich ist, geht er davon aus, dass das ganze Jahr über Monate mit abwechselnd 29 und 30 Tagen verwendet wurden. Da die Sintflutüberlieferung aus Mesopotamien stammt, ist es durchaus wahrscheinlich, dass auch der schematische 360-Tage-Kalender der Assyrer und Babylonier übernommen wurde. Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass die Flut offenbar insgesamt ein Jahr und zehn bzw. elf Tage dauert, vom 17.2. im 600. Noah-Jahr bis zum 27.2. im 601. Noah-Jahr. Dies könnte eine Anspielung auf einen Lunisolar-Kalender sein, in dem zu der lunaren Jahreslänge von 354 Tagen 6 mal 29 plus 6 mal 30 Tage noch elf Tage hinzugezählt werden müssen, um die Länge des tropischen Sonnenjahres zu erreichen. Siehe oben Punkt 1.3. Allerdings widerspricht die Mondjahr-Hypothese der offensichtlichen Rechnung mit 30 Tage Monaten, sodass wohl der priesterschriftlichen Sintflutchronologie eher das schematische 360-Tage-Jahr zugrunde liegt. Eine befriedigende Lösung dieser kalendarisch-chronologischen Fragen ist bisher jedoch noch nicht gefunden worden. Vergleiche Glesmauer 1993 Also die Gelehrten sind sich da auch nicht einig und mir geht es eigentlich auch nicht so sehr darum, das jetzt aufzudröseln, weil da wahrscheinlich ohnehin keine Lösung gefunden werden kann. Wo es mir aber darauf ankommt, ist diese Phase X, denn es ist offensichtlich, dass die Flut 150 Tage auf der Erde stand und danach mindestens 15 Fuß abgesenkt werden musste, wahrscheinlich deutlich mehr, damit die Arsche auf dem Berg aufsetzen konnte. Das heißt, wir haben eine Phase von 150 Tagen plus X. Berechnen wir die Fristen also mit einem solaren Jahr mit durchschnittlich 30,44 Tagen pro Monat, erhalten wir für die Dauer vom 17.02. bis zum 17.07. 152 Tage. Das würde bedeuten, dass die Flut selbst 150 Tage auf der Erde stand, danach zwei Tage absank und dann am 17.07. die Arsche auf dem Berg aufsetzte. Zählt man den ersten Tag der Flut mit, erhält man 153 Tage und mithin drei Tage für die Phase X, was wiederum bedeutet, dass zwischen dem 17.02. und dem 17.07. zwei Monate liegen mit 30 Tagen und drei Monate mit 31 Tagen. Damit wird deutlich, dass ein 360-Tage-Jahr aus der Flutgeschichte nicht ohne weiteres abgeleitet werden kann. Auch wenn nicht mit Sicherheit eine alternative Rechnung vorgestellt werden kann, wird zumindest deutlich, dass auch die Flutgeschichte nicht dazu benutzt werden kann, ein sogenanntes prophetisches Jahr von 360 Tagen pro Jahr definitiv abzuleiten. Wenn es aber weder möglich ist, ein prophetisches Jahr mit der Flutgeschichte zu begründen, noch mit Offenbarung 11, dann existieren keine prophetischen Jahre in der Bibel und dann ist es auch nicht erlaubt, die 70-Jahr-Wochen mit einer der Bibel unbekannten Rechnungsart zu verkürzen, um auf das vordefinierte Ergebnis des triumphalen Einzugs Jesu nach Jerusalem bzw. das Jahr seiner Kreuzigung schließen zu können. Weil prophetische Jahre in der Bibel nicht existieren, ist die Stauchung von 69-Jahr-Wochen zwischen Ataxerxes im Jahr 445 v. Chr. und dem angeblichen Todesjahr Christi im Jahr 32 n. Chr. nicht erlaubt und somit als unrichtig bewiesen. Für die Berechnung der 70-Jahr-Wochen müssen andere Ansätze gewählt werden, die belastbarer sind und die ich in meinem Buch vorgestellt habe. Ja, damit ist gezeigt worden, dass man weder mit Offenbarung 11 und 12 noch mit der Flutgeschichte ein sogenanntes prophetisches Jahr ableiten könnte von 360 Tagen pro Jahr, mit dem man die 70-Jahr-Wochen-Berechnung so weit schrumpfen und stauchen könnte, dass sie von Ataxerxes bis ins Jahr 32 n. Chr. reicht. Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, weil die Frage ist ja die, ob diese Berechnung der 70-Jahre-Wochen tatsächlich, wenn sie denn alleine auf diesem 360-Tage-Jahr fußt, ob man die überhaupt ausführen darf, ob das erlaubt ist. Also neben den ganzen anderen Problemen, die sich da ergeben, die aber auch zum Teil komplizierter sind, nachzuvollziehen. Ich glaube, dass das hier relativ deutlich zeigt, dass es dieses prophetische Jahr und diese prophetischen Jahre in der Bibel nicht gibt. Die existieren nicht, das ist eine theologische Schimäre und damit fällt ein weiteres Mal diese bisherige Kalkulation der 70-Jahr-Wochen-Berechnung in sich zusammen. Ich wollte das nur zeigen, so ein Stück weit, um auch meine Sichtweise dazu erhärten, die ich in meinem Buch, wie ja schon erwähnt, ausreichend beschrieben habe und auch in vielen Videos. Aber mir war das einfach wichtig zu zeigen, dass dieses prophetische Jahr in der Bibel nicht existiert. Ich danke sehr fürs Einschalten und für euer Interesse, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Vielen Dank.